Einer meiner Lieblingstricks der Polizei, weil es dabei um etwas ganz Böses, Niederträchtiges, Verkommenes geht. Nämlich um mich. Grundsätzlich gebe ich ja immer die gleichen drei Tipps, die sich jeder merken sollte. Und es sind genau deswegen drei einfache Tipps, weil man sich dann auch merken kann. Und mehr muss man sich auch nicht merken. Wenn du mit der Polizei als Beschuldigter Kontakt hast, machst du keine Aussage, du unterschreibst nichts und du machst keine freiwilligen Maßnahmen, kein Handy entsperren, nichts freiwillig rausgeben. Und dann gibt es noch die Vorladung. Sagen wir mal, wenn du bist verdächtig irgendeines Vergehens, dann kriegst du eine Vorladung von der Polizei. Da steht dann drin, bitte erscheinen sie übermorgen zur Vernehmung als Beschuldigter. Dann sind wir wieder bei Tipp 1. Du sollst die Aussage verweigern. Das heißt keine Aussage bei der Polizei. Das heißt auch nicht zur Vernehmung gehen. Wenn dich die Polizei vorlädt, dann bist du nicht verpflichtet, dort hinzugehen und solltest auch auf keinen Fall dort hingehen, weil du ja sowieso die Aussage verweigern sollst. Also bitte nicht hingehen. Und das betone ich in vielen meiner Videos. Sehr oft kriege ich dann Kommentare von teilweise Polizisten, teilweise vielleicht auch irgendwelchen Internet-Trollen, die schreiben, jaha, ja grubeklar, aber als Anwalt in Anführungszeichen sollten sie doch wissen, wenn der Beschuldigte das macht und nicht zur Vorladung erscheint, dann kriegt er eben eine Vorladung von der Staatsanwaltschaft. Und wenn die Staatsanwaltschaft jemanden selbst vorlädt, dann muss die Person auch erscheinen. Ist auch richtig. Und das ist ein Trick, der auch in der Praxis vorkommt. Das heißt die Polizei sagt dir, vielleicht am Telefon ruft an und sagt, ja wir würden sie jetzt gerne vernehmen als Beschuldigten, bitte erscheinen sie doch übermorgen bei der Dienststelle, Zimmer so und so um die und die Uhrzeit. Wenn sie nicht erscheinen, dann ja, müssten wir halt dann von der Staatsanwaltschaft sie vorladen lassen und dann treffen wir uns eben bei der Staatsanwaltschaft. Und das ist ein Trick. Und warum ist es ein Trick? Weil es in der Praxis nicht vorkommt. Es ist so, theoretisch ist es richtig. Du musst bei der Polizei keine Aussage machen, natürlich, und du musst auch der Vorladung zur Vernehmung nicht Folge leisten. Du kannst einfach zu Hause bleiben. Du musst nicht mal absagen. Wenn die Staatsanwaltschaft dich vorlädt, dann musst du erscheinen, aber du musst genauso wenig aussagen. Und jetzt kannst du mir erklären, lieber Zuschauer oder lieber Polizist, der gerne solche Kommentare schreibt, einer der vielen, welche Motivation hat der oder die Staatsanwältin, einen Beschuldigten vorzuladen, der sowieso schon gesagt hat, dass er keine Aussage machen will, abgesehen davon, dass es rechtwürdig wäre. Dazu später. Welche Motivation hätte die Staatsanwaltschaft, jemanden vorzuladen, der sowieso nur kommt und sagt, ja, hier bin ich, wo muss ich unterschreiben? Bitte nichts unterschreiben. Hier bin ich, hier ist mein Ausweis, das bin ich, ich möchte die Aussage verweigern, ciao. So wird es nämlich ablaufen. Und aus diesem Grund lädt die Staatsanwaltschaft praktisch nie Beschuldigte selbst vor. Dafür gibt es die Polizei, die die Ermittlungen macht. Und es ist einfach so, es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Polizistinnen und Polizisten, als es Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt. Und wenn die Staatsanwaltschaft jeden Beschuldigten selber vorladen und vernehmen würde, oder zumindest versuchen würde, die zu vernehmen, die nicht zur Polizei gehen, oder nur weil sie nicht zur Polizei gehen, macht es die Staatsanwaltschaft dann selber, dann würde in Deutschland wahrscheinlich die Justiz zusammenbrechen. Weil so viele Vernehmungen könnten die Staatsanwaltschaften nie und nimmer durchführen. Und deswegen ist diese Drohung, die gerne in meinen Kommentaren geäußert wird und die auch gerne mal von Polizisten ausgesprochen wird, ja, wenn sie zur Vernehmung nicht erscheinen, dann kann sie die Staatsanwaltschaft direkt vorladen, komplett leer und haltlos. Weil, ich kann mich an vielleicht eine Handvoll Fälle erinnern, wo es tatsächlich mal passiert ist, dass die Polizei dann bei der Staatsanwaltschaft angerufen hat und sagt, ja, bitte ladet doch ihr direkt vor, damit die Person kommen muss. Und das sind extreme Ausnahmefälle. Das passiert in der Praxis nicht. Und dieser Trick wird sogar noch etwas perfider. Es gibt nämlich manche Forderungen, wo dann unten der Hinweis drinsteht. Da steht dann oben in der Ermittlungssache wegen XY, Diebstahl, Körperverletzung, was auch immer, ist Ihre Vernehmung als Beschuldigter erforderlich. Bitte erscheinen Sie doch übermorgen um 10 Uhr an Zimmer so und so. Wenn Sie verhindert sind, aufgrund beruflicher Gründe oder was auch immer bitte vereinbart sind, neuen Terminen. Und dann gibt es noch einen Hinweis, wenn Sie der Vorladung nicht Folge leisten, kann Sie die Staatsanwaltschaft laden und dann wären Sie oder dann sind Sie verpflichtet zu erscheinen. Und dann kann diese Pflicht sogar mit Zwang durchgesetzt werden. Das heißt, dann kann es sein, dass du dann mehr oder weniger in Handschellen abgeführt wird. Und das ist in meinen Augen eine leere Drohung und hat in so einer Beschuldigten in Vorladung nichts verloren, weil es nicht praxisrelevant ist.